Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Trophäen-Video. Das Untitled Goose Game hat eine ganze Reihe versteckter Trophäen und eine davon ist furchtlos. Beim Transporter vor der Bar steht eine Kiste. Schleppt diese auf das Grundstück des Mannes im Kapitel Hinterhöfe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dort spielt ihr Miezekatze und klettert in den Karton. Sobald der Mann auf den Karton aufmerksam wird, zur Not helft ihr mit ein wenig Geschnattern nach, wirft er das störende Objekt über den Zaun. Und ihr bleibt natürlich ganz furchtlos darin sitzen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free To Play. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018